Guten Tag, meine Damen und Herren. Als Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim am Main ist es mir wichtig, dass wir uns um das Thema Gewalt kümmern. Gewalt gegen Frauen geht gar nicht. Es gibt eine internationale Veranstaltung, One Billion Rising, die sich genau gegen Gewalt an Frauen wendet. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen auch in dieser Stadt am 14. Februar, dem Valentinstag. Schauen Sie doch mal rein in die Homepage der Stadt Rüsselsheim. Es lohnt sich. Es gibt viele Veranstaltungen. Sie werden erstaunt sein. Vielen Dank. One Billion Rising ist eine weltweite Kampagne für ein Ende gegen Gewalt an Mädchen und Frauen und für Gleichstellung. One Billion Rising nahm im Jahr 2012 seinen Anfang. Die New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler hat die Veranstaltung damals ins Leben gerufen. Das englische Billion steht für eine Milliarde, was deutlich machen soll, dass jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer von Gewalt wird. Es ist eine Veranstaltung, die Aufmerksamkeit erregen möchte für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt. Der Bundestag One Billion Rising teilt des Konzepts Rote Linie gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, welches vom Kooperationsmodell erarbeitet wurde und durch die Frauenkammer unterstützt wird. Bereits am 25. November 2021 gab es zu dem Thema eine Aktion, in dem Bänke am Bahnhofsvorplatz in Rüsselsheim Rot angestrichen wurden, welches wiederum auch die Aufmerksamkeit auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen denken soll.